Hi Lee, tut mir leid, wir müssen über Termine reden. Wir haben Anfragen für die nächsten sechs Monate. Ich habe dir doch die Daten gegeben, die gehen. Ich arbeite nicht zwischen Thanksgiving und den Feiertagen. Und jetzt schon gar nicht. Aber an Weihnachten gibt's die doppelte Gage. Mach doch danach Urlaub. Simon, ich will nicht als der weltweit reichste Pianist in die Grube springen. Vergiss es. Nein, auf keinen Fall. Du arbeitest jetzt schon zu viel. Äh, Lee, gib mir mal Scott. Ich muss ihn was fragen. Hallo Seymour. Hallo Scott. Kümmer du dich bitte um deinen Scheiß. Und jetzt gib mir wieder Lee. Mhm.